Hey und willkommen zu einer kleinen weiteren Runde GTA Online zusammen mit Maudado und Zombey in Kooperation mit Epic Games. Im Epic Games Store könnt ihr bis zum 25. Februar bis zu 75% Rabatt bekommen, also schaut gerne in die Videobeschreibung und gönnt euch ein Spiel. Am besten auch direkt noch mit dem Creator Code GLP. Vergesst nicht den Part zu bewerten und wie immer, viel Spaß! Creator Code GLP. Naja, das können sie nochmal besser probieren, jetzt haben wir nochmal Anlauf. Oh Mann, ja komm nicht von oben, das tut mir dann sehr weh. Nein, nein, ich geh so extra auf Abstand Warte, da, der checkt's nicht, der checkt's nicht Ich hol ihn, ich hol ihn für dich, für G Ja, Brino, P Jaaaah Gott Das ist zu schwer, Mario Jaaa G und L geht, aber P ist echt hart Bl Meine Rache wird kommen J J J J T T A War MU Warum käme ich jetzt gegen zwei Ich rauch schon Auch nein ure ist nicht gut für die Lunge Neee, das stimmt deswegen raucht auch nicht meine lieben Kinder Oh nein, oh mann. Maudado, hilf mir. Ich gucke nach hinten. Ja, dafür ist die C-Taste. Oh, jetzt. Komm her. Oh, guter Treffer, guter Treffer. Danke. Guter Treffer. Jetzt noch mal. Jetzt noch mal. Ich habe langsam ganz starke Probleme. Und Maudado fährt immer nur an uns vorbei. Oh, Alter. Ich kann nicht mehr steuern. Ich höre ein Geräusch. Ich komme zu dir, ich komme zu dir, Manu. Schnell, komm. Oh, oh. Wo bist du? Ja, flieg weiter. Flieg einfach hoch, du. Ja, mache ich. Nein, du fliegst irgendwie geradeaus runter. Oh, jetzt aber. Hilfe. Komm schnell rein, komm schnell. Komm in mich rein. Nein, ich darf nicht verlieren, ich darf nicht verlieren. Das ist doch... Nein. Sicher gelandet. Jetzt, komm. Wie hast du mich jetzt niedergemäht? Oh, alles ist explodiert. Oh, ja, ich habe es gesehen. Schönes Ende. Ja, Leute, wenn euch der Part gefallen hat, dann schaut doch im Epic Games Store vorbei. Mit dem Creator Code. Oh, was macht denn Maudado da? Oh, was macht denn der Aua? Hä, was steht denn auf der Seite von dem Truck Creator Code? Stimmt. Hä? Habe ich ja noch nie in GTA gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber warum brenn ich? Was passiert hier? Ne, ich will nicht einsteigen. Weil der Creator Code der heißeste Scheiße ist. Hier ist zu viel Spaß. Zu viel Spaß in diesem Auto. Habe ich dir irgendwie eine Prämie zugesichert? Je nachdem, wie oft du das erwähnst, oder? Ja, klar. Ich stecke aus. Ich will nicht beim Maudado drin sein. Hallo, ja, okay, ich komme. Steine ein. Hast du unseren letzten Unfall vergessen? Okay, wir machen was richtig Lustiges. Wir machen was richtig Lustiges. Schau mal nach hinten. Ich habe schon selber einen Unfall ohne euch. Ja, er fährt nochmal drü- Ne. Jetzt, jetzt, jetzt. Hier ging das Auto, ging das Auto. Hier ging das Auto, ging das Auto. Der hat auch einen Creator Code, aber wir bekämpfen ihn. Ich habe keinen Creator Code. Ja, aber warum? Man kann doch mehrere. Kann man mehrere eingeben? Ne, kann man nicht, aber man kann ja mal abwechseln. Aua. Ich dachte, das ist ein Part, in dem ich nicht sterbe. Okay, ja. Der hat noch nicht gestorben. Okay, ja, ne. Ich fahre nicht mehr. Das war eine weise Entscheidung. Warum ist da eine? Ey, ne. Du hörst jetzt auf damit. Aus. Hör auf, nein. Mordado, aus. Okay, okay, okay. Ja, ja, okay, okay. Was ist der Plan für heute? Er kriegt mich nicht. Er kriegt mich nicht. Das ist der Skatepark. Warte, eigentlich mit euch. Ja, genau, dein wollte ich. Ich bin ein Vogel. Ich bin ein Skateboard. Ich bin ein Vogel. Oh, was ein Trick. Ja, warte, ich mach mit. Warum bist du ein Vogel? Wo bist du denn? Oh ja, ich schwimme hier rum. Bip, 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 bip. Das ist die Polizei. Ich darf da nicht hin. Bip, bip, bip. Oh, lecker, warte. Das willst du also machen. Oh, bist du süß. Oh, ich treffe nicht, treffe nicht. Ich schwimme jetzt. Ich auch schwimmen. Ja, warte, ich komme mit. Oh nein. Hilfe. Rettet die Vögel. Nein. Rätorialer Kampf. Oua. Beschütz mich. Ich bin angeschossen, bitte. Warte, warte, das. Nein, 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 nein. Einen Schuss noch. Ah. Hallo? Toll, toll. So viel zu nicht einmal sterben. Das ist schon mein zweiter Tod. Nö, ich hab nicht hingeguckt. So, aber ich könnte eigentlich mal ins Internet schauen und ihr sagt mir, wo der neueste Wagen zu finden ist. Wo ist er denn, Zombie? Wo hast du nochmal dein Auto gekauft? Aua, ich wurde angefahren. Äh, auf Sport, Auto, Autosport. Der Cayo Perico sind die neuesten. Oh. Ich wünsch dir jetzt Geld. Ich verstehe nicht, was man damit macht, aber ich hol's mal. Okay. Kurz mal 1,3 Millionen ausgegeben. Kann man machen, ne? Also mit Auto fährt man eigentlich. Ja, aber der sieht sehr besonders aus. Der kann noch was. Fört dich mal ein. Ja. Angenommen. Du bist tot. Hä? Bist du bereit für deine heutige Klavierstunde? Oh ja, bin ich. Hast du alles gelernt? Notenblätter gelesen? Kann keine Noten lesen. Immer noch nicht. Für was bezahle ich die Stunden? Ja, der bringt mir Spielen bei. Du lernst jetzt anständig spielen oder ich bin komplett enttäuscht. Was für ein Spiel? Du hast auch keine Switch mehr. Videospielen? Äh. Nein. Piano. Hä, nee, der packt immer seine Switch auf den Piano. Ich bezahle ich schon seit fünf Jahren seine Stunden und er kann immer noch nicht Noten lesen. Das muss man ja auch nicht. Die kann man lesen? Ja. Ja, kann man. Das sind doch gar keine Buchstaben. Steig ein. Du wirst adoptiert. Adoption freigegeben. Not Someday hat sich beworben. Ja, dann steig ich doch da ein. Willst du mal eine Switch hin? Ja. Tschüss, Papa. Ist das da ein Joy-Con? Ja, da ist der linke und der rechte Joy-Con. Ach so. Welche Farbe? Rosa. Gar keine Rosa. Warte, Mechaniker, bist du jetzt da? Warte, nee. Komm hier raus. Warte kurz. Ich rufe an. Ja, ich komme sofort. Ich habe hier schon einen Termin für dich gemacht. Da ist es. Hey, warum macht der in alle Termine? Eskavier jetzt, Friseur. Ja. Was alles dir wird? Du machst ja nie selbst was. Du willst jetzt eine richtig gute Frisur. Ich will das nicht. Da ist mein neues Auto. Manu, keine Angst vor dem Friseur. Doch, ich will da nicht hin. Ich war schon seit fünf Jahren nicht mehr. Ui. Guck mal, wie schick. Das kenne ich. Ja, hol mal deins. Okay. Dann machen wir eine Doppelrampe. Ja, kannst du nicht, ne? Ja, er läuft auf mir. Oh ja, warte, ich rufe meinen, während ich auf deinem rumlaufe. Ja, wie, wie, wie benutzt man das denn? Ah. Hö. Hö. Du hast dich angehoben. Ja. Man kann ja doch was machen. Wir können was? Ja. Ja, vielleicht kannst du echt jemanden hinten anhaken. Wie heißt das Auto? Komm mal mit dem Auto. Vapid Scram. Scramity. Ich habe einen Slamtruck. Ist das der? Ja, ja, genau. Ja, aber das war es doch nicht. Ich kann noch mehr. Oder, oder, oder wie, oder was? Ja, warte, ich stelle mich da mal hin. Vielleicht kannst du den Haken aktivieren, oder so. Wie beim Cargobob. Das bezweifle ich sehr stark. Oh. Sorry, Mordado. Möchtest du meinen Slamtruck beslammen? Ja, sehr gerne. Slamtruck mit Slamtruck. Da sehe ich mich. Und wer ist das da? Der macht ein Bild! Ey! Ich habe dir das nicht erlaubt. Das war mein erster Fan. Ja, Mama C, damit ich da hochkomme. Ich bin unten. Äh, X meine ich. Ernsthaft? Ich kann noch hochkommen, bitteschön. Nein. Das macht es nicht einfacher. Ja, ich glaube, wir müssen... Warte mal, geh mal hier dran. Siehst du das? Geh mal hier, hier. Verstehen Sie? Was? Was will man? Ich will, dass der da sich mal irgendwie besser positioniert. Ja, lass mich doch. Ne. Okay. Wenn du deine Reifen vielleicht hochmachst, wird es mehr Sinn ergeben, dass du dann eher bei mir draufkommst. Ja, 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 okay. Jetzt, jetzt müsstest du vor mich. Ich sehe schon, ich sehe schon. Oh. Ja. Oh ja, ja. Boah, Alter, ich mache ein bisschen was bei dir kaputt. Hilfe. Nein, warte. Ja. Haben die jetzt bald einen Babyslamtruck? Ja, später. Fahr, fahr schnell weg vor dem anderen Ekligen. Und jetzt müsste ich noch mal da, du, komm. Ja. Ja. Da ist unser Baby. Und nein, ach man. Nee, nee. Ja, aber wofür ist der denn? Du Schab... Nee, ich steck bei dir ein. So, schnapp dir den. Schnapp dir den. Der fährt da oben weg. Da oben. Ach so, wir bringen einen Zoller um. Der dich verlassen. Ach so, ja, was wusste nicht. Der dich abgestoßen und verlassen. Ich will doch nur frei sein. Du kommst jetzt wieder. Du darfst dich respektieren. Du darfst deinen eigenen Sein Willen nicht respektieren. Wir wollen heiraten. Nicht mal kurz kippen, kaufen gehen. Du kommst schön zurück. Okay. Ich hab für dich gekocht. Wenn du auf mich schießt, da kann ich ja nicht anders, als umzudrehen. Das ist so verführerisch. Führerisch. So funktioniert das? Oh. Ja, komm her. Oh ja. Oh nein. Aber wundere dich nicht. Ich komme im Körper eines anderen. Oh, sorry. Oh. Lebt der noch? Der lebt noch. Ja, klar. Hey. Steig ein. Schubst den anderen Ekling raus. Okay. Ich will auf dem Motorhaube hier surfen. Kann die irgendwie noch... Oh, okay. Ich steige hier schon ein. Ja. Und jetzt kick ihn raus. Wenn du langsam fährst, explodierst du. Oh, okay. Und woran erkennst du, wie schnell wir sind, wenn ich jetzt gar nicht um die Ecke fahre? Vielleicht kommst du gar nicht erst um die Ecke. Ich tricke euch auf der Map. Ich sag dir Bescheid. Ich bin fair. Ich tricke dich auf der Map. Oh, oder so. Okay. Ab wann ist man zu langsam? Jetzt sind für die Frage echt gerne gedrückt. Ja, ich brauche schon... Da müssen ja schon mehrere Sekunden langsam sein. Ich brauche schon ein paar Regeln. Hast du denn überhaupt gerade ein Ziel? Oder so? Ja. Okay, das war's. Ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden. Warum? Ja, ich bin ja rechtzeitig rausgehüpft. Let's go. Zambel wusste auch, dass du so langsam bist. Ja, aber du kannst... Kannst du nicht sofort draufdrücken? Ja, klar. Ich dachte, ich hätte ein bisschen Zeit. Ja, hattest du. Ein bisschen Zeit. Eine Sekunde. Keine Angst, Mann. Ich habe dasselbe Auto nochmal. Das war nur ein Klon. Ach so. Ich habe mir aber auch eher weniger Gedanken um den Wagen gemacht, sondern eher um mich. Weil das Auto nicht mehr währt. Als ich? Ja doch eigentlich schon. Oh, habt ihr schon die neueste Folge von Creator Code GLP geguckt? Ja, Folge 4. Jetzt schwist. Als alle auf einmal Creator Code GLP angegeben haben. Oh, so krass. Klingt nach einem guten Plot. Gott, stell dir vor, so 40 Minuten einfach nur gequatscht über den Creator Code. Naja, aber es war echt spannend dadurch. Dadurch, dass man 30 Sekunden davor nicht sicher war, ob die Zeile leer bleibt beim Einkauf und niemand dadurch profitieren würde. Das war schon dramatisch. Als die Zeile lange geladen hat. Und dann greife ich zu den Kartoffelchips. Oh Mann, der Typ, der das geschrieben hat, die Szene ist aber ein Gott. Hab ich das nochmal geguckt irgendwie in den letzten Jahren? Ja. Ja, mit dir. Ja, haben wir angefangen. Und dann meinten alle, es ist so kacke. Und dann haben wir es nicht weiter geguckt. Ja, ich muss sagen, ich fand es als Kind schon cool, aber es ist schon ein bisschen arg edgy an vielen Stellen. Ja. Ihr wollt euch aber gerade schon Feinde machen, oder? Ich hab's ja auch Ultra gefeiert. So ist es nicht. Die ganzen Leute feiern auch Sword Art Online. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ich will jetzt aber nicht mit Sword Art Online vergleichen. Warum denn nicht? Da ist jemand. Da unter mir ist jemand. Da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Was machst du? Das war das Online-Singen und Ausstrengung und Sternen. Hui. Oh, aua. Hä, was ist denn jetzt passiert? Ja, der war zu langsam. Ja, ich hab's nicht mal gesehen. Oh, ein Motorrad. Warte, ich bring's jetzt an. Ey, bist du das da oben? Warte, da oben. Hallo. Schau mal. Guck mal hier. Na, du kleine Ratte. Da wolltest du mich gerade klatschen, ne? Ja. Hey, komm her. Klatsch dich, ich klatsch dich, ich klatsch dich. Klatsch mir, Alter. Oh, er. Als ob du mich runtergehauen hast. Oh, wo ist mein Motorrad kaputt? Hm, komisch. Nachdem man da reingeschossen hat, du Verräter. Oh Gott, der ganze Boden brennt hier. Ich hab noch nie das Feuer sich so krass ausbreiten gesehen. Mega cool, ich geh rein. Nein, warte. Oh, das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Das fand ich so cool. Als die Waffe rauskam, die Alienwaffe, erinnert ihr euch an die guten alten Zeiten? Auf der Autobahn, die Sachen abballern. Bis ins... Siehst du den Feuerkreis hier, wie der sich ausbreitet? Was denn ist doch... Man hat grad so ein Flashback bekommen. Er ist so ganz normal über die Autobahn gerannt, was man eigentlich immer macht in GTA. Und er hat sich plötzlich umgedreht und hat sich daran erinnert. Ja, da hab ich mich gefreut. Sag mal, warum... Fährt der mich an? Oh nein. Nein. Nein, was... Ich... 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 Es kommt so gar nichts, wenn mich alle anfahren. Ihr kriegt Bonuspunkte, wenn euch der Wagen da noch trifft. Oh. Oh, Sommer hat gewonnen. Nein, ich hab mich selber getroffen. Obwohl, das war selber, ja, stimmt. Ja, reinlaufen ist nicht nur der Sache. Gibt das extra Punkte? Nee. Hier, das bringt... Du hast mich getroffen. Er fährt mich weg. Ich werde entführt. Hallo? Du hast für meine Entführung gesorgt. Oh, da ist ein Lastwagen. Guck mal. Oh, oh. Oh Gott! Gewonnen. Bang. Ja, noch mal reinschießen. Oh, wer geht denn da in meinen Schmilly-Mob-Gerl? Hine auf! Hör auf damit! Zombie! Wow, es explodiert! Lebst du? Na schade. Ich weiß, du hast fast überlebt. Hätte ich ein Fallschirm gehabt, hätte ich überlebt. Er hat zum Türen so schnell das öffnen können. Hä, warum war die angeschossen? Ja, Police! Ich hab... Ich hab nichts gemacht. Oh nein! Ach man. Du bist ja tot. Ja. Wo sind die Autos? Die haben alle Angst. Ah, hier auf der anderen Seite. Komm mit! Was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Was denn? Zug? Messerduell. Oh, stimmt. Warte. Hä, wohin hab ich denn gezielt? Ja, von hinten. Nicht in den Rücken. Ja! Dreimal und zack! Leg die nicht mit mir an! Ich bin nicht mit! Geht nicht. Nein. Nee. Wir spielen das Autospiel. Oh. Warte, ich jag einen nicht rein. Nein, okay? Oh, na. Du lebst! Alles gut! Das ist doch schon echt gruselig. Ui! Oh ja! Uh, der war knapp. Oh nein! Du hast fast mal der Ado getroffen, Alter! Also... Irgendwie erinnere mich das... Hä? Ein bisschen an die Schaukel aus dem vorherigen GTA-Teil. Wo bist du eigentlich? Ach, du bist tot. Ich bin down, ja. Wo seid ihr denn? Oh, zumal bist du tot. Zwischen den 18 Polizisten. Die sich denken, die Leute haben Spaß. Erstmal aufhalten. Das ist halt immer nicht so eng sehen. Ja, ne? Mann, ich wollte nur ein paar Autos abschießen. Das macht immer so viel Spaß. Nein, geh weg damit! Geh einkaufen, Sami! Nein! Oh, ups! Weg damit! Ich will nicht einkaufen! Seid ihr unter mir? So was von einkaufen? Will nicht einkaufen, bitte! Ich will auch, ich will auch. Was kauft ihr denn ein? Jetzt, aber wer will nicht, der macht einen Einkaufswagen. Ich hab's gesehen. Hey, na, hey! Ja, da ist er. Jetzt kauf! Ich will nicht einkaufen. Ich will nicht einkaufen. Ja, geht auf. Und jetzt fliegt. Hui! Da, hier, Mau, da, du, fang! Okay, ich geh einkaufen. Oh, er steht wieder. Oh, wir haben Freunde. Hui! Warum wusste ich das? Das war mein letzter Akt vor meinem Tod. Ja, wir wären eh gestorben. Okay, dann bewerte mal den Part. Schaut in die Beschreibung. Da ist das Ganze verlinkt. Super dürfte. Bis dann, tschüss!